Genki Haraguchi, ESTA FC Union Berlin Hallo Unioner, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor dem Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Bei uns heute zu Gast, unsere Nummer 24, Genki Haraguchi. Hallo Genki, du hast mir vorher gesagt, du möchtest das Interview gerne auf Deutsch machen. Da freuen wir uns sehr drauf. Heimspieltagsinterview heißt immer, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen würde ich mit fünf kurzen Fragen anfangen. Die erste Frage ist gleich, dein Lieblingsessen, beziehungsweise dein deutsches Lieblingsessen. Deutsche? Ich mag Spargel. Spargel? Spargel. Ich denke, deutsche Spargel ist viel besser als die japanische Spargel. Und mit was? Dann mit Schnitzel? Nein, nur Spargel. Nur Spargel? Ich mag nicht so Schnitzel. Magst du gar kein Fleisch oder einfach nur kein? Ja, aber die normale Spargel ist besser für mich. Sehr gut. Hund oder Katze? Das ist ganz klar. Ich liebe Hunde. Ich habe zwei Labrador. Sie sind wie Kinder für mich. Ich glaube, der eine hat sogar einen Instagram-Account, oder? Ja. Habe ich schon gesehen. Dein bisher schönstes Spiel oder Erlebnis im Fußball? Das schönste Erlebnis war die WM 2018. Das Spiel gegen Belgien. Ich habe ein Tor geschossen, aber wir haben verloren. Aber trotzdem, das war eine schöne Erinnerung für mich. Ich habe gerade schon Thema Nationalmannschaft. Als wir hierher gelaufen sind, habe ich dir schon erzählt, dass ich mich so darüber aufgeregt habe, dass du so wenig Einsatzzeit bei der Nationalmannschaft bekommen hast. Du musst dich dazu nicht äußern. Aber ich habe mich sehr darüber geärgert. Dein nächstes Reiseziel? Ich werde zum Wintergulab nach Österreich reisen. Das erste Mal, oder? Österreich, ja. Trainingslager ist manchmal in Österreich. Aber privat ist das erste Mal. Und Skiurlaub? Nein, ist ein bisschen gefährlich. Ich kann nicht. Skifahren. Aber Rodeln? Kennst du mit dem Schlitten? Rodeln. Ja, aber ich spiele mit Hunden. Mit Schnee. Ja. Dann viel Spaß dabei. Ich hoffe, du hast sehr viel Schnee. Okay. Was wärst du geworden, wenn das mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Ich wäre Tierarzt geworden. Weil meine Mutter Tierarzt ist. Ah, okay. Muss man sich da spezialisieren? Also auf kleine Tiere, große Tiere oder? Für Hunde. Für Hunde. Okay, passt. Genki, das waren auch schon die fünf kurzen Fragen. Bevor wir so ein bisschen über dich privat auch noch sprechen, würde ich gerne erstmal so ein bisschen deine fußballerische Karriere durchlaufen. Du hast in Japan angefangen Fußball zu spielen und bis 2014 schon nach Deutschland gewechselt. Wie schwer ist es in so ein ganz neues Land zu kommen, beziehungsweise auch eine neue Kultur ja dann dementsprechend kennenzulernen? Natürlich war die Sprache sehr schwer und der Fußball war auch anders. Ja, das ist sehr schwierig für mich. Und woran musstest du dich zum Beginn der Zeit am meisten gewöhnen? Also gab es da irgendwas, was dich vor spezielle Herausforderungen gestellt hat? Außer die Sprache? Außer die Sprache? Essen? Vielleicht ein bisschen? Ja, warum? Ja, es gibt großen Unterschiede zwischen deutschem Essen und japanischem Essen. Ich esse jeden Tag Reis. Aber manchmal gibt es das nicht. Das stimmt. Das war ein bisschen schwierig für mich. Aber magst du Kartoffeln jetzt auch? Jetzt ist okay. Dann haben wir eh Glück. Deine erste Station in Deutschland war auch Berlin, allerdings bei den Charlottenburger. Wie war das dort für dich? Du hast ja mehr als 100 Spiele dort gemacht. Ja, das ist ein bisschen komisch gefühlt. Aber ich bin schon total Unioner. Das ist gut. Total Unioner. Das ist sehr gut. Ja, ich nur schaffe ich für Union Berlin. Aber wenn du dich jetzt an die Zeit zurückerinnerst bei Hertha, hast du bestimmt auch schöne Erinnerungen an die Zeit, oder? War gut. Aber schon vorbei. Es ist vorbei. Jetzt sprechen wir lieber über deine weitere Karriere. Und zwar wurdest du dann von Hertha an Düsseldorf verliehen. Dann ist es gleich nochmal, man gewöhnt sich so ein bisschen an eine Stadt, an die Menschen und dann wird man gleich wieder woanders hin hin verliehen. Es ist auch, stelle ich mir sehr schwierig vor, gerade mit der sprachlichen Barriere. Aber es war eine sehr schöne Zeit für mich, weil wir aufsteigen konnten bei Düsseldorf. Und in Düsseldorf viele Japaner leben. Also ja, in Düsseldorf ist einfach zu leben. Du hast bisher schon die Hälfte deiner Karriere in Deutschland gespielt. Was gefällt dir dann am deutschen Fußball am meisten? Ja, deutscher Fußball gefällt mir sehr. Und ich denke, dass der deutsche Fußball und ich gut zusammen passen. Und ja, ich genieße in Deutschland zu spielen. Gibt es so große Unterschiede? Ja, das Tempo ist ein großer Unterschied zwischen Japanisch und deutschem Fußball. In der Japanisch League spielt man ruhiger und aber sehr gut technisch. Aber sie haben keinen Tempo und keine Intensität. Du hast selber schon gesagt, du hast schon sehr, sehr viele Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Hast vorhin auch von deinem schönsten Erlebnis schon von der Nationalmannschaft gesprochen. Du bist aber 2013 auch Ostasienmeister beispielsweise geworden. Hast 2017, 2018 in der Euroleague gespielt. Bist jetzt mit bei der erfolgreichsten Saison von Union Berlin in der Bundesliga mit dabei. Welchen Wunsch hast du denn noch, den du dir gerne erfüllen möchtest? Natürlich, die Champions League ist mein großer Traum. Wenn ich mit der Mannschaft in der Champions League spielen konnte, das war fantastisch. Dann drück mir mal die Daumen, dass es klappt. Das wäre fantastisch. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Genki, ich würde gerne noch ein bisschen über dein Privatleben sprechen. Du hast uns schon erzählt, du hast zwei Hunde. Ich habe mal geschaut, was dein Name ins Deutsche übersetzt heißt. Das bedeutet Energie, Lebenskraft, Mut und Schwung. Würdest du das selbst von dir auch behaupten? Der Name passt zu mir sehr gut. Ich bin immer voller Energie auf dem Platz, oder? Ja, auf alle Fälle. Das hat mir auch so festgestellt. Aber auch privat? Ja, ähnlich. Thema Energie. Du hast nicht wirklich eine Pause gehabt. Also selbst in den Länderspielpausen bist du bei der Nationalmannschaft. Wie tankst du deine Energie? Wie lädst du deine Batterien wieder auf? Ich bekomme neue Energie von meiner Familie. Ja, meine Familie ist meine, wie sie sagen, Energie. Ja, dein Energiebringer. Ja, Energiebringer. Und wie sieht so ein typischer Tag aus, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst? Was machst du da? Spazieren mit meiner Familie. Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit für meine Familie. Und ich glaube, ihr wart auch noch relativ lange auf der Suche nach einer Wohnung, richtig? Mhm. Habt ihr jetzt eine gefunden? Ich habe eine gefunden. Das ist sehr gut. Sehr schön. Genki, jetzt bist du schon viele Jahre in Deutschland. Ist Deutschland mittlerweile auch ein bisschen deine Heimat geworden? Ja, tatsächlich. Ich mag in Deutschland zu leben. Und ja, Deutschland gefällt mir sehr. Das ist schön. Was vermisst du denn am meisten aus deiner eigentlichen Heimat Japan? Außer das Essen. Ja, natürlich, manchmal vermisse ich meine Eltern und meine Geschwister. Aber trotzdem, das deutsche Leben ist perfekt für mich und meine Familie. Wie viele Geschwister hast du denn? Meine einen Großbrüter und meine kleine Schwester. Und haben die auch was mit Fußball zu tun oder gar nicht? Gar nichts. Gar nichts. Wann habt ihr euch zum letzten Mal gesehen? Letzten Sommer, glaube ich. Und wegen Corona ist es gerade nicht möglich? Jetzt ist keine Chance zu treffen. Okay, das ist sehr schade. Hoffentlich können sie mal kommen, um dich hier spielen zu sehen. Ich hoffe so. Wir drücken die Daumen. Genki, bevor ich dich schon in den Feierabend entlasse, haben wir noch zwei Sachen. Du hast dir schon die Fotowand hier angeguckt. Okay. Da darfst du dich auch verewigen. Aber bevor du das machst, ist die letzte Frage immer, ob du den Unionern noch etwas sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe. Ah, okay. Ich möchte eins sagen. Ja. Die Unioner Fans unterstützen uns immer. Besonders beim Heimspiel. Das war außergewöhnlich. Der Verein und die Fans gefällt mir sehr. Also gebe ich meine ganze Energie für Union Berlin. Sehr schöne Schlussworte, Genki. Dann darfst du jetzt noch ein Foto machen. Ja. Achso, umdrehen. Alleine oder? Wie du möchtest. Ja, zusammen. Okay. Perfekt. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und dann wünschen wir dir maximalen Erfolg für das Spiel gegen Leipzig. Und einen schönen Feierabend und viel Spaß mit deinen Hunden und deiner Frau. Danke. Es hat mich sehr Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Danke. Danke.